Ich bin permanent motiviert, auch dieses Sportding ist ja mein Beruf quasi, so kümmere ich mich in meinen Körper. Ich habe kontinuierlich weiter an mir gearbeitet, aber primär nur auf die Beweglichkeit der Kraft und der Athletik gewidmet. Meine Familie ist meine Motivation, meine Kinder. Ich möchte ein Vorbild für die sein, dass sie auf mich hochschauen können. Ihr werdet einen fitteren Robin sehen. Wir sind alle gespannt, ich bin gespannt und ihr könnt auch gespannt sein. Es war einfach ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ich bin der Älteste, ich werde Käpt'n, ich habe mir viel von Matzau abgeguckt. Ich werde versuchen, seine Rolle zu schlüpfen, auf eine andere Art und Weise. Da habe ich Bock drauf, wieder zu sein, als gutes Beispiel voranzugehen und einfach die Jungs mitzuweisen. Ich habe dann nicht mehr lange nachdenken müssen und dann gesagt, ja, ich bin dabei. Ganz toll, lieber. Ganz toll.